Bro, kommt in Zukunft wieder mehr Kommen ins Café? Mal mit Bushido ne Folge machen. Sagen wir mal so ein Farid Bang oder so, ne? Das würde hundertprozentig funktionieren. Und ich glaube auch, das wird hundertprozentig mehr Reichweite kriegen als jedes andere Interview, was er in der letzten Zeit geführt hat, so. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ein Künstler sich mit mir hinsetzen würde, dass es keinen negativen Einfluss auf seine Karriere haben würde. Ich hoffe, es gibt noch ein paar Leute, die einfach darauf scheißen und sagen so, ja, Bruder, du hast viel für uns getan, viel für die Szene getan. Jetzt tun wir auch was für dich, so. Weißt du? Ich bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahre am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Oh shit, man. Was läuft, meine lieben Freunde, was geht ab? Stößchen an der Stelle. Terin Mofaka. Einfach gleich Sonnenuntergang, AMK. Bruder, gefühlt ist eh den ganzen Tag dunkel. Scheiß drauf. Ich hab schon abgeschlossen damit, Bro. Du wachst auf, ist grau. Aber man muss auch sagen, hier in der Hütte ist es auch relativ dunkel. Und dann wird es halt schon um 16.30 Uhr, geht es dann schon Richtung Dunkelheit leider. Bin ich so der Dunkelheitstyp? Fühl mich in der Dunkelheit immer nicht so motiviert irgendwie. Weh schon. Bro, kommt in Zukunft wieder mehr? Komm ins Café. Bruder, müssen wir mal schauen, ne? Ist jetzt abhängig davon, inwiefern das alles funktioniert. Also ich hab zwei Folgen ja schon vorgedreht. Also nächsten Sonntag wird auf jeden Fall noch eine Folge online kommen. Und jetzt hab ich halt auch schon, ja, ich hab jetzt schon wieder ein paar Leute angeschrieben. Bis jetzt noch kein Feedback bekommen. Noch keine Antwort bekommen auf die Nachrichten. Das heißt, keine Ahnung. Je nachdem, ob es so sein soll oder nicht. Ob irgendwelche Leute sich melden, beziehungsweise ob irgendwelche Leute zusagen. Wird schon, wird schon, wird schon vielleicht noch ein paar Folgen geben. Auf jeden Fall. Vielleicht aber auch nicht. Deswegen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen. Ihr müsst nehmen, was ihr bekommt. Stabil, du wirst wieder durch die Decke gehen. Warte es, warte es ab. Bruder, jetzt kommt, wie es kommen soll. Alles ist geschrieben, Diggi. Ich mach mir darüber selbst gar nicht zu viele, ähm, zu viele Gedanken. Einfach machen. Es kommt, was kommt und jeder bekommt das, was er verdient. So, is what it is, man. Mal mit Bushido eine Folge machen. Bruder, ich glaub, der Gesprächsaufbau an sich wär ein bisschen schwer. So. Also ich müsste mir dann halt irgendwie, also ich müsste mir schon gut Gedanken darüber machen, wie ich in so ein Gespräch reingehen würde. So, aber generell bin ich, äh, sowieso jemand, der eigentlich mit jedem Menschen irgendwie sich hinsetzen und reden würde. Auf jeden Fall. So. Warum nicht? Weißt du? Man müsste halt schauen, wie man da rangeht. Aber ich bin auch generell davon überzeugt, dass Bushido niemals sich mit mir in ein Interview reinsetzen würde. Aber es wäre auf jeden Fall wahrscheinlich eine Nummer. Ich glaub so, ich glaub auch generell, also wenn ich das mal so sagen darf an der Stelle, bin ich fast davon überzeugt. Weil viele, ich glaub viele Leute aus dem Game, ähm, haben immer noch Schiss oder Respekt davor, sich mit mir zusammenzusetzen. So, weil sie denken, dass es dann einen negativen Einfluss auf deren Karriere haben könnte. Aber ich bin eigentlich 100% davon überzeugt, es ist eigentlich Fakt. Ich weiß es ganz genau, dass, ähm, ich weiß ganz genau, dass wenn so Kandidaten, also wenn, wenn, ich weiß ganz genau, dass diese Kombination Comments Café und einer von den angesagtesten Künstlern zum Beispiel aktuell, sagen wir mal so ein Farid Bang oder so, ne, das würde hundertprozentig funktionieren. Und ich glaube auch, das wird hundertprozentig mehr Reichweite kriegen, als jedes andere Interview, was er in der letzten Zeit geführt hat, so. Einfach weil das, die Kombination, ich hab das gemerkt, jetzt auch bei Belash und so, ich bin mir sicher, dass das wieder richtig krass viral gehen kann und dass das definitiv kein Schaden auf irgendeinen, also ich glaub, das kann nur ein Vorteil für beide Seiten sein, aber da sind halt viele Ängste, Vorurteile und so ne Sachen im Spiel leider. Ja, weißt du, wie ich meine? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn ein Künstler sich mit mir hinsetzen würde, dass es keinen negativen Einfluss auf seine Karriere haben wird. Und ich bin mir auch sicher, dass die Talks, wenn ich sie weitermachen würde, auch mit großen Künstlern wieder krass viral gehen würden und auch wieder mehr viral gehen würden als ein Großteil der anderen Interview-Plattformen. Ohne Disrespect an die Interview-Plattform, aber das war schon immer so gewesen und das würde auch wieder so werden. Ich weiß das einfach. Ich will auch die Gründe dafür nicht sagen, soll jeder sich seine eigenen Gründe irgendwie ausdenken, aber ich bin mehr als überzeugt davon und find's aber immer noch, ja, guck mal, mehr als irgendwie, also ich hab Bock auf ein paar Talks, bevor ich wieder abhaue, so, definitiv, aber Bro, mehr als Fragen kann ich auch nicht. Weißt du, wie ich mein so? Ich hoffe, es gibt noch ein paar Leute, die einfach darauf scheißen und sagen so, ja, Bruder, du hast viel für uns getan, viel für die Szene getan, jetzt tun wir auch was für dich, so, weißt du? Wer weiß, Digga, vielleicht gibt's ein, zwei Leute noch. Belash war auf jeden Fall der Hammer, find ich auch. Ich fand's auch geil. Das ist halt aber auch einer, so, ihr müsst sehen, das sind genau diese Kandidaten, die selber schon mit so einer Geschichte eine Erfahrung gemacht haben und bei Canceln halt dann, die sind ganz weit weg von Canceln oder von sich nicht hinsetzen, weil, Mois würde ich so einschätzen, dass er es machen würde und wäre interessant und würde auch Reichweite bringen, wenn nicht, hab ich ihn halt falsch eingeschätzt. Keine Ahnung, Bro, der hat, glaub ich, meine Nachricht noch gar nicht, ich hab ihn einmal geschrieben zu seinem letzten Video, äh, da hab ich ihm einfach geschrieben, dass ich das gut fand und dass ich das krass fand, wie offen und ehrlich der seine Gefühle da mit seiner Community geteilt hat, so mäßig, Digga, und dann hab ich ihm im Nachhinein gefragt, dann hat er geantwortet und dann hab ich gefragt, so, ey, Bro, wie sieht's aus, hättest du Bock, mal Talk-mäßig was zu machen? Ähm, da hat er nicht geantwortet, dann hab ich nochmal geschrieben und, äh, das hat er, glaub ich, nicht gelesen bis jetzt, I don't know. Aber generell, so, ich werd das Video jetzt hier, also diesen Zusammenschnitt, werd ich auch mal auf dem zweiten Kanal einfach hochladen und werd jetzt hier in dem Video einfach generell mal erwähnen, vielleicht werd ich den Titel auch so gestalten. Alle Leute, die das hier gerade jetzt sehen, so, ich bin da, ich mach wieder ein paar Comments-Kaffee-Folgen und ich hätte Bock auf jeden Fall mit ein paar Kandidaten, äh, eine Folge zu drehen und so. Mois, würd ich gerne machen. Haftbefehl ist so ein Ding, was noch krass auf meiner Liste draufsteht, wo ich sagen würde, so, wow, das wär krass. Ähm, auch Maestro, fänd ich interessant, auf jeden Fall. John Broke hatte ich mir noch aufgeschrieben. ABK. Hey, also nicht nur im Rap-Bereich, weißt du, wie ich mein, in allen Bereichen, Sarah Wagenknecht, keine Ahnung, Digga. So, ich hab überlegt, eventuell vielleicht auch Massadik oder so. Ich glaub, der würde zum Beispiel das auch machen, weil der auch schon in der Vergangenheit halt, äh, richtig rausgecancelt wurde und auch gesetzlich irgendwelche Probleme hatte. Ja, so, Nemo wär auch krass, Digga. Ja, halt so, Mann, ich, ich, ich hab auf jeden Fall noch ein paar Leute auf der Liste stehen, wo eigentlich auch, wo eigentlich halt auch eigentlich ein Interview kommen müsste. Zum Beispiel mit Nemo müsste eigentlich was kommen. Da ist nie was gekommen, aber da müsste eigentlich was kommen, weil Nemo war der erste, der erste Rapper, der Teil vom, also der Teile von meinen Videos damals auf Snapchat geteilt hat und auf Facebook und da Reichweite drauf geschoben hat, so. Äh, es war, glaub ich, Live-Reaktion von der Straße zu nem Song von Nemo. Und es war auch der, die ersten Jungs, mit denen ich so Kontakt hatte, war auf dem Splash halt mit, äh, Hafti, Nemo, Oleg, Sech und so diese ganzen, äh, Aslak 385i-Jungs. Und von denen hab ich dann leider nicht viele vor die Kamera gekriegt, also da wär auf jeden Fall auch noch ein Ding am Start. Kianosch wäre auch gut, aber wie gesagt, Mann, Digga, ich glaub, viele sind halt auch vielleicht abgeschreckt und denken, dass sie sich damit irgendwie ins eigene Fleisch schneiden oder keine Ahnung, Mann, halt da, so. Ich muss auch sagen, ich hab ein bisschen auch, vielleicht übertreib ich für mich selber so, aber ich merk halt, wie wenige Leute noch zurückschreiben und ich seh dann halt auch dann, weißt du, ich komm zurück, dann seh ich so ne Statements, wie zum Beispiel von Kianosch, wie er dann das Statement da abgibt wegen flacher Erde und so und wer weiß, Digga, ob der dann irgendwie mich so, weißt du, schwierig abgespeichert hat im Kopf, weil er mit mir zusammen über Dinge geredet hat, die ihn dann Jahre später irgendwie eingeholt haben. Weiß ich nicht, weißt du, wie ich meine. Einzige, wie ich das rausfinden kann, ist, wenn ich frage und ich werd das wahrscheinlich auch tun. So, mal gucken. Also ich will auf jeden Fall noch zwei Folgen machen. Das wär auf jeden Fall geil, dass der Dezember auf jeden Fall voll ist, so, dass wir im Dezember jeden Sonntag ne Folge haben. Und es wär halt auch geil, wenn es Kandidaten sein würden, mit denen ich mich noch nicht zusammengesetzt hab vorher, weil ich bin so, ich will noch mehr mehr Menschen kennenlernen und mehr von deren Storys auch wissen. Deswegen, falls ihr jemanden kennt oder falls ihr gerade zuschaut und auch einer von den Kandidaten seid, die ich eben genannt hab, dann schreibt mich gerne auf Instagram an, so mäßig. Ich würde auf jeden Fall gerne Talk-Vibes mit fast jedem machen. Einfach sitzen und reden, so. Weißt du? Mr. Goodlife. Bro, so ne Fragen stelle ich mir gar nicht. Hätte, wäre, wenn, würde ich. Das sind Wörter, die, darf man, das ist Zeitverschwendung, Lebensverschwendung, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen. Hätte ich das anders gemacht, würde ich das nochmal so. Nee, Bro. Es ist alles so passiert, wie es passiert ist und es sollte alles genau so passieren, wie es passiert ist, damit ich heute hier bin, jetzt gerade hier sitze und genau das fühle, denke und erlebe in meinem Leben, was ich gerade erlebe, so. Das soll alles so sein. Ich bin davon von ganzem Herzen überzeugt, dass alles irgendwo geschrieben steht und wir, ja, uns nicht zu viel Gedanken darüber machen sollten, was in der Vergangenheit war, was in der Zukunft sein könnte, sondern mehr im Hier und Jetzt leben und versuchen, jede Sekunde vom Leben zu genießen, weil es auch jede Sekunde vorbei sein kann, so. Man schafft es leider heutzutage nicht immer so einfach, aber deswegen mache ich mir über so eine Sachen gar nicht viel Gedanken, so. Also, weißt du, dass ich mich dann hinsetze und mich frage, so, oh, was würde ich jetzt machen und hätte ich da und hätte ich so und hätte ich, habe ich auch gemacht, so. Muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich in meiner Vergangenheit auf jeden Fall auch schon viel Zeit mit verbracht und das kommt natürlich auch immer mal wieder so, aber ich will meine Hauptzeit, möchte ich ins Hier und Jetzt investieren und meine Hauptenergie, meine Liebe und alles möchte ich im Hier und Jetzt investieren, so. Weil ich bin einer, wenn ich dann anfange, über die Vergangenheit nachzudenken, dann tut mir das nicht gut, weil ich dann mich auch so manchmal an den Sachen festhalte, die negativ passiert sind und ich bin auch einer, der sich gerne auch mal die Schuld selber gibt und dann sich selber runterzieht und so und es tut mir nicht gut. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass jeder zweite depressiv geworden ist wegen dieser Scheiße. Ja, Bro, ist auch nicht zu unterschätzen, ne? Ist auch nicht zu unterschätzen, Digga. So. Viele Existenzen sind hops genommen worden, viele Leute wissen nicht mehr genau, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, wo sie hin sollen. Viele Läden mussten schließen, viele Selbstständige haben alles verloren, so. Und man darf auch nicht unterschätzen, was der Grundweib in der Gesellschaft oder in dem Land, wo du gerade bist, weißt du, wenn da viel Depressionen abgehen, wenn da viel Unzufriedenheit ist, wenn da viel Hass ist, wenn da viel Ängste sind, dann geht das auch bei den Menschen, die gerade viel fühlen, so geht das, hat das auch einen Einfluss. Selbst wenn du mit deinem Leben gerade eigentlich zufrieden bist, aber du merkst, dass jeder um dich herum unzufrieden ist und du da eine gewisse Energie spürst, dann kann das dein Leben auch beeinflussen. Ich bin leider, leider sage ich jetzt mittlerweile schon, obwohl ich auch glaube, dass es auch irgendwo ein Geschenk ist, sehr emotional und ich spüre sehr viel, auch was nicht mal mein eigenes Leben betrifft, also. Und deswegen habe ich auch immer so ein krasses Verantwortungsgefühl für, nicht nur für mich, sondern auch für andere, so, weißt du. Das ist natürlich in so Zeiten, wie wir die jetzt gerade haben, ist es sehr, wie soll man sagen, anstrengend und viel auch.